Hi, wir sind Dietz und Hermann von JaHierFilme und wir haben verkackt. Alles begann am Tag unserer Aufnahme. Weil, Alter, mich hat's komplett zerlegt. Ich bin todeskrank einfach so. Also meine Gliedmaße tun so, wie ich weiß gar nicht, wie ich von hier auf den Stuhl kommen soll. Aber uns kam eine Idee. Schreibt uns ne DM und eventuell seid ihr dabei! Ja, und so saß dann kurze Zeit später Hörer Julian bei uns im Zoom-Call, um mit uns gemeinsam über Wonka zu reden und aufzunehmen. Aber das eigentliche Problem kam erst später. Zwei Stunden später. Oh, ich glaub, das war echt die beste Aufnahme, die ich auf jeden Fall mitgemacht hab. Wahrscheinlich sogar die von dem ganzen Podcast, ey. Ey, danke, danke, Julian. Da müssen wir jetzt nur noch deine Autospur exportieren und dann kann ich das fertig machen eben. Ja, da mach ich mal gerade. Ähm... Ähm, Hermann? Hm? Hast du zufällig ein Audio-Backup laufen lassen? Nee, wir haben doch gesagt, du machst das. Also, er hat doch gesagt, das geht bei mir nicht. Verdammte Sch... Ja, ihr Lieben, was sollen wir sagen? Ähm, wir haben es halt wirklich verschissen. Es tut uns wirklich, wirklich leid. Für euch, äh, für Julian, der sich extra abgemüht hat, noch ins Kino zu fahren, äh, um mit uns diesen Film zu besprechen. Ähm, und für alle Leute, die jetzt ja auch neu dazugekommen sind und auch erwartet haben, dass wir noch eine Folge rausbringen, nachdem wir es ja auch öffentlich angekündigt haben, dass wir einen Ersatz für Hoffi gefunden haben. Ja, das war, ähm, unser Fehler. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ein Elf, das müssen wir kassieren. Ja. Und, äh, ja, sorry jetzt dafür, dass wir euch keine Folge für die Weihnachtstage geben konnten. Wir können aber schon mal sagen, es ist, äh, wir haben unser Bestes getan, die Bogen wieder glatt zu bügeln. Für Julian ist bereits ein Entschuldigungspaket in der Post. Ich hoffe, vielleicht kommt es noch rechtzeitig vor den Feiertagen an, ansonsten vielleicht zwischen den Jahren. Und, äh, ist natürlich auch herzlich eingeladen, nächstes Jahr dann mal wirklich dabei zu sein, wo wir dann doppelt und dreifach aufnehmen. So viele Audiospuren, wie man gar nicht zählen kann. Das stimmt. Und, ähm, ja, und wir werden aber auch die Wonka-Folge dann nächstes Jahr trotzdem nachholen. Genau. Also, die Filme, die wir jetzt besprochen haben, die wir uns zugewichtelt haben und sowas, das machen wir dann alles da nochmal zusammen mit einer Übersicht auch über unsere, ja, Highlights für das Jahr und so drum und dran. Also, wir legen im Januar auf jeden Fall nochmal ordentlich nach, damit ihr da nochmal die volle Ladung, ja, hier Filme bekommt. Auch wenn ihr jetzt über die Weihnachtsfeiertage leider, ja, erstmal leer ausgeht. Sorry. Sorry, folks. Gut. Das war, äh, es, wir wünschten auch, es wäre anders gekommen, aber gut. Ja, äh, wir kommen besser und stronger zurück in 2024. Da gibt's dann gleich zwei Folgen irgendwie relativ schnell aufeinander. Und ansonsten, ähm, wollte, glaube ich, Hoffi noch was sagen. Dann fände ich es ganz gut, wenn du noch einbaust, dass zwei von drei Gründungsmitgliedern von, ja, hier Filme jetzt mittlerweile es verschissen haben, aufzunehmen, während wir aufnehmen. Also, ich fände es ganz cool, wenn explizit hervorgehoben wird, dass mir das noch nie passiert ist. In dem Sinne wünschen wir, wie ihr von, ja, hier Filme, euch frohe Weihnachten, frohe Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr, genießt die Zeit, fresset euch voll, sauft euch voll, äh, trefft eure Freunde, trefft die Familie, macht was ihr wollt, äh, oder macht einfach mal gar nichts. Das, äh, ist auch okay. Ähm, ansonsten, ja, lasst es euch gut gehen und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.